ne bis zu Uhr ich komme von da oben nein sagt mir wenn wir der Taggeschichte kann ich aus meiner Boote raus nein 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 Oho oh 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 nein kann ich mehr rennen fuck soll ich dir eigentlich schlecht schlecht leu soll ich dir eigentlich helfen Petty ja aber vielleicht nicht schlecht ich kann mich merken ich hau gerade von den Drecks drei Spinnen ab Okay, ich komm. Und ein Haufen Zombies. Dumm, dumm. Erst mal essen. Ernsthaft? Ah, Typa! Juliii! Ich komm. Oh mein Gott! Das ist ein Enderman! Nein, das ist ein Baum. Leck mich. Oh mein Gott, ey. Ah, Patty! Der schleppt ja fünf Kreaturen. Nein, nein, nein. Juli, bitte. Oh, dich einfach rein. Ja, wie denn? Wenn ich in Wasser bin und ich... Ja, geh weg! Ja, dann nicht kacke. Oh mein Gott! Mach dir ein Steinschwert. So. Mach mal bitte auch klein zwei... Oh! Oh! Mama! 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 Alter! Mama! Was macht dir, ey? Mama, das ist sieben zu... Oh! Ich muss essen, ich muss essen. Ich muss essen. Nein, nein, nein! Ah, nein! Oh, zweimal! Nein! Ah, Mama! Boah, ich bin nicht als erstes Stück gestorben, juhu! Geh weg! Geh weg! Geh weg! 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 Also, da laufen vier zum bisschen mehr. Oh, leck mir die Eier! Patty macht jetzt wie den Steinschwert! Ja, ich bin gerade dabei, wenn ich so Dreckskeletze folgen würde, mich abschießen würde. Oh, leck mir! Mach bitte das Skelett, bitte! Ich hab dreieinhalb... Nee, ich hab viereinhalb Herzen! Und ich hab jetzt ein Steinschwert! Uhu! Ja, sicher! Goldzombie mit Goldrüstung! Leck mir die Eier! Alter! Macht der Schaden! War nicht die Nacht vorbei? Weiß ich nicht gleich! Ah! Leute, ich hab doch nen Schwer... Mein Schwerz wird despawned! Wirklich! Ah, lol! Patty stelle ganz schnell Fackeln auf! So, Headset! Hier! Danke! Leck mir hier! Ich brauche das zu essen! Äh, ich tue erst mit anderen Fleischbraten, ne? Ja, ja! Weil ich läuft grad! Ja! Und ich chill hier unter der Erde! Bist ja auch nach! Komm doch her, du! Son! Nein, es ist noch nacht! Ich komm nicht! Wir sind hier von einem Verrecken und du chillst in nem Loch rum! Sag, du bist über den Berg drüber! Oder bist jetzt auf dem Berg? Ich... Über den Berg drüber! Und da hab ich mich irgendwo eingebuddelt! Oh Gott! Okay, ich hab alle Fackeln verbraucht! Ich hab noch 7 Stück! Du... Du... Ich hab's ja auch endlich noch eingebaut! Guck die Endermänner am besten nicht an, ne? Okay! Ich rede mit mir! Du bist ja in nem Loch drinnen! Bei mir hat's auch Endermänner! Bei mir hat's ganz viele Endermänner! Creeper! Ja, das hab ich auch! Ja, das hab ich auch! Ich geh jetzt mal meinen, okay? Nee! Doch, ich bin schon unter der Erde! Ich suche jetzt ne Höhle! Ich suche jetzt ne Höhle! LOL! Wir wollten eigentlich das Rathaus bauen! Ja, aber es ist Nacht! Nein, es ist schlecht ein Rathaus zu bauen! Uh, ich hab Eisen! Ich hab Eisen! Scheiße! Wett, du kannst es nicht abbauen, wo du kannst, äh, Steinwerkzeug dabei hast! Doch, hab ich! Hack! So schlecht bin ich auch nicht! Naja! Okay, jetzt muss ich mal ein Eisenschwert! Wirklich? Ja! Das bringt's nicht lieber wieviel Eisenhaschen! Sechs! Ah, okay! Würde ich warten und lieber noch auf Rüstung warten! Weil Eisenschwert bringt's nix! Du, du verlierst es doch sowieso! Gar nicht! Wenn ich ein Eisenschwert hab, dann bin ich der Babu! Du würdest sogar ein Dierschwert verlieren! Gar nicht! Dierschwert verliere ich nie! Nein! Nee! Okay, ich guck mal die alten Season-Folgen an! Oh, nee, bitte nicht! Willst du dann immer noch wetten, oder? Ja! Oh! Komm, lass mal ab sofort ne Wette abschließen! Oje! Und die wer? Irgendwas mit Jonas! Toll! Irgendwie! Dass wenn er... in so und so viel Parts stirbt, dann... Ja! Oder irgendwie so... Nee, ich wett' mit dir, dass es nicht schafft, morgen Happy Wheels aufzunehmen! Ich schaff's! Nee! Außer wenn ich so lang penne, dann vielleicht nicht! Ich wett', dass es das nicht schafft! Hm! Patti wird dir angenommen! Patti wird dir angenommen! Jo! Ich sag's gleich wie Juli! Toll! Das ist, ich weiß, ich weiß noch nicht warum und ich so und weshalb! Ich schieße morgen extra um 5 Uhr auf und pettern mit dem Happy Wheels ein! Ja! Nee, um 6 stehe ich auf! Bin ich jetzt gewöhnt! Oh! Oh, bist du es gewöhnt? Weil ich die ganze letzte Woche um 6 aufgestanden bin! Ich auch, Mama! Vielleicht warum denn? Was warum? Äh! Ja, bei dir weiß ich's ja aber bei Patti! Du leh! Du wohnst in Bayern, ihr habt auch keine Schule! Jetzt ist die Woche war noch Schule! Boah, der meint jetzt diese Woche, man! Diese Woche meine ich, oh man! Ach so, ja, sag's doch gleich! Ich hab' Schwarz-Eichenholz! Oh, das ist immer auch gut zum Bau und verbrauchen! Ja, natürlich gut! Zum Bauern benutzen! Wie ganz geil aus! Gibt einen guten Kontrast! Das sieht bei mir aus wie ein Default-Texture-Pack! Leider! Weil ich glaub' ein altes mieser Texture-Resource-Packish! Scheiße! So, wo seid' denn? Baum-Abbau-Tutellte! Ich schätze eigentlich wieder Tag! Ja, schon lange! Nein, nein, ist es nicht! Okay, gut! Okay, ich nehme meine Fackel mit, ich muss spaßend sein! Dann ist er wenigstens nützlich! Ich bin nützlich! Ich bin nützlich! Da ist nix gegen mich! Auf was ist der Ende immer aggressiv? Auf nix ist es stark! Es springt aber voll behindert drum grad eben! Die sind behindert! Ja, weil's denn Jonas immer töten! Warum nimmst du eigentlich das Eichenholz, äh, das Birkenholz nicht mit? Hab' ich doch! Echt? Ich hab' schon so viel von dem, ich hab' schon über'n Sack von dem Eichen, äh, von dem Birkenholz! Ach, ja! Er hat so eine, die man sich nicht die über das Eichenholz bauen, wie wird das Rathaus bauen? Schön! Und solltet dann, solltet dann, solltet dann, solltet dann im Rathaus sozusagen auch ein LL, gemeinsam ist Lager machen? Nein, wir können denn doch nix! wie er so um die Koppelstunde sowas kann mit dir so oder so ach sie ja er wird es mir könnte ihm jetzt an der Erde so was schneitend ich zu wertvoll ist warum ich hier kies am Strand etwa dort dort der Hetzens und seit der Tat da hier anfangen weil ich war mir das ein schön ausblickt hatte und wo bist du ja er wissen kann man die Bäume nicht mit dem Punkt fällen welche Bäume die großen keine Ahnung weil der Timber Mod für die 1 2 5 ist die schwarzeichen Bäume ja ich weiß der Timber Mod oder das Timber Plugin ist für die 1 2 5 ausgelegt scheiß Plugin er hätte mir mega viel fahren können ja gut er braucht dann ein bisschen übertrieben wenn man so ein Baum abborst und hast auf einmal 12 Milliarden Stacks im Inventar hängen wäre das geil das ist bei Hexid so krass yo du brauchst die 3 und äh du brauchst in dem einen Wald da gäh in dem Tannenwald ja du brauchst so einen Baum ab und fängt auf einmal erst mal voll an zu hängen und auf einmal hast du 3 oder 4 Stacks äh Holz im Inventar ja und dein Axt verbraucht fast ja vor allem dir Axt yo und was ja noch besser ist dieses Hierarchie und ne wie heißt das was Helio Ritz oder so was ich spiele es auf Deutsch lass mich was laberst du AAH! achso okay ich glaube ich komme jetzt wieder ja es ist noch Nacht ja ich weiß leider bin ich schon an der Oberfläche scheiße äh du hast nur Nachtsicht drauf auf deinem auf deinem nicht vorhandenen Helm ist es wegen deinem Skin so ah ok ja mein geiler Kopf ne Jonas Jonas das ist dein Bildschirm achso der fängt das Glühn an deswegen ist es so hell ich weiß nicht aber ich sammle hier einfach mal den Keys ich weiß nicht warum den kann man gebrauchen für Wege stimmt ich hab auch Keys und man bekommt Flintstone raus kann man auch gut gebrauchen ich hab vier Keys boah ich nehm großen Bücher mit ja kommt zu vertieren gebrauchen wir brauchen Clay nein Rosenbüsche nein wir brauchen Clay nein Rosenbüsche Rosenbüsche sind wichtiger hallo Clay Dach und so nö ich bin der Herr der Rosenbüsche ja Herr der Ringe Herr der Rosenbüsche das ist richtig geil